So, willkommen zu Level 7. Äh, ich weiß gar nicht, sollte ich heute vielleicht noch mal ein bisschen Doom Ultimate aufnehmen? Och nö, das ist noch Extermination Day. Das rockt. So. Ah. Schon bald 18 Uhr. Gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich heute schon anfangen soll mit Minidoo. Aber ich glaube, heute mache ich erstmal noch Extermination Day. Okay. So, jetzt mal speichern. Ich hab doch keine Kettensäge. Wunderbar gute Scheiße. Na ja, der Wollschiff. Ne, so ist das nicht. Krieg ich hier so nicht ab, oder? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ähm, was gibt's noch? Ach komm, lass mich nur Ruhe. Ja. Für die, die sich fragen, was ich mache, man kann von diesen Viechern auch diese Feuerwiesen abmachen und dann... Aber scheinbar geht das nicht, wenn man sie verbrannt hat. Okay. Schade eigentlich. Fuck. Gut. Dann muss ich nochmal mit der Plattformwaffe weitercampen. Wow. Komm, pack auf jetzt hier. Dauert ja die Ewigkeit, dauert das ja. Na, ich zu karte verbraten. Wow. Wow. Dankeschön. 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 Tagschön. Wow. Durch diese, äh, durch diese... Durch diesen roten Filter, sie sehe ich jetzt gar nichts mehr, weil ja alles rot ist, also... Was hier liegt es noch? Scheiß wieder. Geht doch. Roh, haben wir mir noch mal überlegt. Und... Moin... Was hier liegt es noch? Das, was das gefällt. So muss das sein. Und ihr Anlass. Uh, das mache ich mal mit dir hier? Ist der weg? Ah, komm. Geht doch. Ich hasse es, wenn man irgendwo festzuhängt. Hä? Lol, ich kann ja gar keinen Schaden zu fliegen. Fuck you, scheiß Baum. Lol, okay. Ist gut. Ah, komm. Geht doch. Ah, komm. Ah, komm. her aber wo gehst du denn hin wo ist jetzt der andere sag mal was machst du denn da weil da bekommt jeder her haben die neuen laden aufgemacht ist es jetzt fashion zeit oder wer sich jetzt aber nicht habe ich dafür gespeichert alle da sind ja immer noch eine gefahrenquelle die auszuschalten genau die da Das war's für heute. Ich könnte schwören, dass hier noch irgendwo einer ist. So. Die meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Schön, dass wir sich freiwillig melden. Ah, zweimal weniger zu stopfen? Oh, komm her. Wo bist du denn jetzt? Wow. Komm mal. Stell dich in deinem Schicksal, Junge. Oh! Oh, ich weiß es gerade gar nicht, ob ich jetzt die Explosion erwischt wollte. Irgendwie, ich habe es von der Explosion gesehen, aber ich glaube, ich habe keinen Schaden genommen. Und ich war ja eigentlich hinter der Wand, ne? Das heißt also, die eigentliche Druckwelle, wenn es jetzt eine echte Explosion gewesen wäre, hätte mich nicht erweicht. Und das berücksichtigt die GZ-Doom eigentlich, äh, Project Pro Teleki. Also wenn man sich hinter einer Wand versteckt, dann kriegt man keinen Schaden. Was ich übrigens eine gute Idee ist, wenn man manuell fest aufschießen möchte, dass er zum Beispiel, dann sich schon schön hinter einer Wand verstecken und daraus schießen. Und dann kriegt man selber weniger Schaden, wenn man das Ding hochjagt. Das ist natürlich extrem praktisch, weil wegen, ja, kein Schaden zu bekommen, ist halt immer gut. Denke ich jetzt einfach mal, in meinem naisen Dasein. Okay, hier haben wir alles, dann gehen wir mal rein. Wow, was war das denn gerade? Achtu Kacke, 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 Achtu Kacke. Digger, der Brrrr, der Brrrr, das hat mich getroffen. Dieser Brrrr, der Brrrr, der Brrrr, der Brrrr, der Brrrr. Auf, mit, wer der ben. Wir werden alle sterben? Was machst du denn da, ich? Wow, wow, okay. Alter. Hä, wo ist jetzt hier der Pinky? Warte, da liegt doch ein Pinky, oder? Wow, beide haben noch genau einen Punkt. Für diesen Punkt muss ich extra nochmal schießen. Oh, feiern hier. Kriegst du ja Paranoia, kriegst du ja da... Was war das? Pickup, äh, Pickup, äh, Pickup in Box of Shotgun Shells. Okay. Hätten wir das. Wollen wir uns immer noch fragen, wo dieser fucking Pinky ist? Ach da. Okay. Ich hab aber keine Lust, nochmal extra dafür runter zu gehen. Gut, ich hätte es mal erwartet, auch sowieso auf uns. Er ist ja ein freundlicher. Er ist wie ein braver Hund. Also, nicht nur ein braver Hund, er sei wie ein Hund, aber halt auch wie ein braver Hund. Und so. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Gott. Was? So viel Activity. Das ist nicht gut für mein Energiesparmodus-Management. Gut. Gut. Hörer? Kommt jetzt wieder der ungute Teil. Der unschöne Teil. Ah, nee, die bringt mir hier leider nichts. Dafür sind die Entfernung dann zu hoch. Das ist halt das Problem mit den Raketenwerfern. Die funktionieren wirklich nur, wenn der Gegner still steht oder nah dran ist. Weil die Raketen sind halt relativ langsam. Von daher... Was? Alter. Alter. Scheiße. Ich bin getroffen. Alter. Oh Gott, ich darf nur 100% leben. Oh, ich darf mal alle weg. Sieht das nur ruhig aus. Okay. Oh Gott, mit 100% Alter, ich hatte davor weiß ich wie viel. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Was, was schießt ihr hier? Wer von euch hat scharfe Munition? Ha, das ist mir alles ganz so was von egal. Ich bin erst mal weg. So, gut, das haben wir. Dann speichern wir mal und locken wir jetzt den Endkinder hier raus, der nicht da hinten ist. Alter, was denn? Ach, da hinten. Guck, wir stehen hier an. Lieber keine Mistkehr. Hartloch. Nein, ähm. Ach, da oben ist die. Woah. 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 Alter, fuck. Fuck. Na, fuck. Ah, nein. Myth. Ah, scheiter. Hä, hat mich gerade jemanden umgebracht? Gah, Bullshit. So. Ah, okay, okay. Das, das ist übrigens auch Bullshit. Da, da hängt der Lampe in der Luft. Oh Gott. Bitte lieber Herr, lass mich auf den Berg springen laufen. Erhöre mein Spät. Oh. Okay, ich werde ab heute Arte ist. Das ist ja nicht mehr aufzuhalten hier. Da legt man auch noch persönlichen Besuch bei den Herren ein. Der hat einfach ein Löw. Ach so. Ja, doch. So, das war der Karte durch den Ding durchschießen. Junge, das ist nicht realistisch. Bitte ja auch damit. Dankeschön. Holy moly. Holy moly. Macca. Gibt's da noch ein Secret? Nee. Ich meine, man könnte jetzt das Ende der Welt als Secret bezeichnen. Ja, es ist schon ein Mysterium. Die Erde ist halt doch eine Scheibe. Aber das ist nicht das Geheimnis, was ich suchen wollte. So. Aber hallo. Ich hau dir gleich eine in die Klappe. Ich hab nicht Klappe gesagt. Ich hab Klappe gesagt. Das ist ein anderes Wort. Autsch. Hallo. Schau dir mal hier. Deine Oma, ja? Ach so. Da war ja jemand. Da war... Halt. Nein, die. Dankeschön. So. Hätten wir so weit. Ich hab noch Munition für die... ...Stroßlücke. Hier gibt's auch keine Munition. Die an Nüchstand. ... ... ... ... ... Endlich! Alter! Ich dachte schon, ich muss auf die verzichten. Leute! Vor allem das Schöne an der ist, ich spreche mal ganz kurz, die hat ein fucking Magazin. Das Nachplan geht also relativ schnell. Außerdem hat die halt eine extrem hohe Feuerrate, weil es ist halt eine vollautomatische und nicht so wie die hier, eine, die man halt Frontlader, wo man dann halt manuell nachladen muss. Oh, hier ist wieder diese schöne Falle. Man konnte jetzt Torm 4 aufmachen, oder? Nee, kann man nicht aufmachen. Leute, lasst mich in Ruhe. Ach, du Kacke. Kann ich mal nicht aufmachen? Hä? Letztens hat es doch... Letztens hat es doch funktioniert gehabt, mit dem wieder aufmachen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, scheiße, das wird nicht. Ah, fuck. Okay. Ah. Mir fällt gerade ein. Oh, nein, 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 nein. Die nächste Mech wird ja eine ganz Kack Mech. Das ist ja diese, wo man... Miss, man kann auch nicht zurück. Ach, wirst du da was, komme ich nicht mehr, einfach die hier wieder. Wobei ich die schon fast eine Verschwendung finde. Wow. Alter. Alter. Oh. Ich war so fucking gut. Ah, Mist. Nein, nein. Alter, noch mal. Okay. Okay. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Ach, Mann, das schießt er gar nicht. Na los, schieß nochmal. Hätte noch ein Schuss gefehlt. Ah, fuck you. Ah, das war gar nicht mal so schlecht. Jawoll. Holy shit. Oh, man. Man kriegt gerade mal drei Raketen pro Packchen, ja? Obwohl da ganz unverkennbar nichts zu sehen sind. Oh, man. Ach, komm jetzt. Ach, komm jetzt. Ach nee, ich glaube, jetzt noch ein paar andere Maps. Stimmt ja. Die Map, wo ich die Befürchtung tatte, dass es diese ist, kommt ja irgendwie erst noch. Kommt ja noch gar nicht. Kommt ja erst später. Okay. Dann kommt jetzt eine andere schwere Map. Hab ich gespeichert. Hab ich gespeichert? Ja. Wieso kommt nach dem Speichern andere Musik? Eigentlich sollte er speichern und laden auf das Spiel selber keinen Einfluss nehmen. Aber gut. Wir haben ja auch schon gesehen, dass sich nach dem Speichern auf einmal die Punkte bei Doom for Doom erhöhen, also die Credits, auf magischer Geisterhand. Äh, auf magischer, egal. So, von daher, doch, das war's mit Level 7. Jetzt kommt Level 8, aber das kommt beim nächsten Mal. Von daher, ciao. Bis zum nächsten Mal.